Was ist bösartige Hyperpyrexie? Maligne Hyperpyrexie ist eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung, die sich bei Personen entwickelt, die voll Narkosemedikamenten ausgesetzt sind. Weniger häufig kann jemand die Bedingung als Folge von Stress durch Training oder extreme Hitze entwickeln. Die Erkrankung wird auch als Maligne Hyperthermie oder Malignes Hyperthermie-Syndrom bezeichnet. Anästhetika überwältigen das Kreislaufsystem von Personen, die an Maligner Hyperpyrexie leiden. Die Belastung des Kreislaufsystems kann zum Tod führen, wenn es nicht sofort behandelt wird. Zu den Symptomen einer Malignen Hyperpyrexie gehören eine schnelle Herz- und Atmungsrate, eine erhöhte Kohlendioxidproduktion und Sauerstoffverbrauch, Muskelsteifheit, hohe Temperaturen von mehr als 105 Grad C, ein Anstieg des Heuregehalts des Blutes und a schneller Abbau im Muskelgewebe. Die Symptome einer Malignen Hyperpyrexie entwickeln sich nach Anästhesie schnell, normalerweise innerhalb einer Stunde. In seltenen Fällen kann es jedoch mehrere Stunden dauern, bis sich die Symptome entwickeln. Die Behandlung mit Dantrolennatrium kann die Symptome umkehren. Dantrolennatrium wird auch Personen verabreicht, bei denen die Gefahr besteht, dass eine Maligne Hyperpyrexie auftritt, die jedoch zur Operation einer Vollnarkose und erzogen werden muss. Dies verhindert in der Regel das Auftreten von Symptomen. Eine zusätzliche Behandlung umfasst eine Kühldecke, um die Temperatur zu senken, und das Einbringen von intravenösen und oralen Flüssigkeiten, um Nierenschäden zu verhindern. Wiederholte Inzidenzen, selbst wenn sie rasch behandelt werden, können zu Nierenversagen führen. Maligne Hyperpyrexie ist eine genetische Erkrankung, und ein Familienmitglied mit dieser Erkrankung erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass andere die Erkrankung haben. Nur ein älter Teil muss das Gen bei maligner Hyperpyrexie tragen, um das Merkmal weiterzugeben. Die Vermeidung von Vollnarkose ist der einzige Weg, um zukünftige Probleme zu vermeiden. Alle Fälle von unerklärlichem Tod unter Anästhesie in der Familie sollten mit einem Arzt besprochen werden, bevor eine Vollnarkose durchgeführt wird. Darüber hinaus sollte jeder mit einer familiären Vorgeschichte von Muskeldystrophie oder Myopathie eine genetische Beratung in Betracht ziehen, bevor er eine Vollnarkose erhält. Es wird geschätzt, dass 1 von 100 000 Personen diesen Zustand haben kann. Die Sterblichkeitsrate beträgt rund 6%. Es ist wichtig anzumerken, dass Vollnarkose-Medikamente, insbesondere die Kombination von Anästhetika und neuromuskulären Blockierungsmedikamenten, das Problem schaffen. Lokal-Anästhetika wie Lidokein und Opiate wie Morphium lösen diesen Zustand nicht aus. Personen, die möglicherweise das genetische Merkmal einer maligen Hyperpyrexie haben, sollten jedoch Kokain, Ästasie, Amphetamine und andere Stimulantien meiden, die ähnliche Symptome auslösen können.